Silvestone ist die Heimstrecke unseres Teams mit richtig schnellen Kurvenkombinationen und immer wieder einsetzendem Regen. Silvestone, 5,9 Kilometer, 52 Runden, 307 Kilometer Renndistanz, 6 Geraden, 3 langsame Kurven, 3 ideale Überholmöglichkeiten, Top Speed 300 kmh. Welcome to Great Britain, the home of Motor Racing. Herzlich Willkommen in England, in Silvestone. Kommen Sie mit mir auf eine Runde im Red Bull Formel 1 Simulator. Erste Kurve, Cops Corner, unheimlich schnell, siebter Gang, kurz die Bremse antippen, dann sofort wieder ans Gas. Dann geht es direkt weiter, super schnell in die nächsten Kurvenkombinationen. Zunächst Vollgas, dann runter in den sechsten, fünften Gang, ehe es dann rechts in den vierten Gang runter geht. Früher ans Gas, den ganzen Speed mitnehmen, auf die Hangar Straight. Geht weiter, nach der Langgeraden runter in den fünften Gang, den ganzen Speed mitnehmen, wieder eine sehr, sehr schnelle Kurve, die Curbs am Ausgang mitnehmen. Wieder hoch in den sechsten Gang, runter und hier muss man aufpassen, dass man hier nicht den Rhythmus verliert. Eine unheimlich enge Links-Müntel in der Rechtskurve, die immer weiter aufmacht, immer weiter aufmacht. Am Gas bleiben, aber aufpassen, dass das Heck nicht ausbricht, wieder hoch bis in den siebten Gang und dann verlassen wir die alte Strecke. Denn Silverstone hat sich ein bisschen geändert, es gibt einen neuen Streckenteil. Wichtig, dass man auch die zweite Kurve direkt mit vorbereitet, wenn man den ganzen Schwung mitnimmt. Unheimlich schnell, fünfter, sechster Gang, die es dann in eine engere Links mündet. Dritter Gang, früh ans Gas, aber aufpassen, denn es geht gleich weiter rechts in die Zielkurve. Warten, warten, das Auto neigt zum Untersteuern, das heißt, es schiebt über die Vorderräder, ehe man dann wieder ans Gas kann, den ganzen Speed mitnehmen und wieder zurück auf Start und Ziel ist. Das war eine Runde in Silverstone.